Sprachnachrichten, das neue Medium. Okay. Ist doch jetzt trotzdem noch euer Haus. Ja, unser Haus, aber auf dem falschen Grundstück. Hey ho, hier also eine neue Sprachnachricht von mir. Eine Missionsgesellschaft kauft ihre alt gewordenen Missionare aus dem kommunistischen Gefängnis frei. Sie dürfen sich in ihrem Heimatland zur Ruhe begeben. Durch ein Grundstücks- und eine größere Geldschenkung an die Missionsgesellschaft wollen sie dem Missionaren ein kleines Haus bauen, das fertig sein soll, bevor sie in ihrem Heimatland ankommen. Sie geben beim Architekten den Hausbau in Auftrag und schicken ihm eine Mail mit der Katasterbezeichnung. Durch einen Hörfehler jedoch übermittelt der Architekt dem Generalunternehmer ein falsches Grundstück auf der Liegenschaftskarte. Der Architekt konzipiert das Haus und beauftragt also einen Generalunternehmer, der jegliche Bauleistung übernimmt und übergibt dann das schlüsselfertige Haus der Missionsgesellschaft. Begabte Menschen, schweißtreibende Arbeitskraft, inhaltliche Vorgaben der Missionsgesellschaft wurden umgesetzt, damit die Missionare ein Zuhause haben. Als diese jedoch mit dem Hausschlüssel an dem richtigen Grundstück stehen, steht da gar kein Haus. Die Berechnungen waren richtig, die Arbeitsleistung und das Material waren gut ausgesucht und alle wussten um die geschundenen Missionare und das motivierte sie inniglich. Alle Arbeiter, der Generalunternehmer, der richtig viele Bauleistungen übernommen hatte und der Architekt, der ausgezeichnet das Haus so berechnet hat, wie die Vorgaben von der Missionsgesellschaft waren, alle sind überrascht, als sie von der Missionsgesellschaft eine Mail bekommen. Euer Einsatz, vorbildhaft, war aber umsonst. Ihr habt auf falschen Grund gebaut. Vielleicht fragt sich einer von uns auch, warum so viel Energie ins Leere läuft, obwohl unser Dienst großer Begabung und Herz ausgeführt wird. Nach dieser Geschichte habe ich im Internet nachgeschaut und dort wurde dann die Frage gestellt, wer haftet für den Fehler? Aber viel schlimmer finde ich, dass die motivierten Arbeiter und der Architekt und die Missionsgesellschaft den Missionaren nichts vorzuweisen haben. Euer Einsatz war umsonst. Ihr habt auf falschem Grund gebaut.